Hallo zum Abschluss der Woche und Abschluss dieses Tages. Ja, Abschluss der Woche ist wahrscheinlich das Schönere. Ja, irgendwie ging die Woche super schnell rum und ich habe gerade kurz drüber nachgedacht und habe irgendwie eigentlich so das Gefühl, bist du wirklich weitergekommen? Weiß nicht so recht. Aber ich glaube, man muss sich die Ergebnisse auch wirklich nochmal vor Augen führen und ich nutze jetzt diese Gelegenheit und tue das. Ich habe alle Kapitel abgeschlossen. Ich habe meinen Wochenplan quasi erreicht, dass ich Kapitel 6 und 7 jetzt noch abschließe und dass ich mich zur Klausur anmelde. Drei Haken kann ich machen. Macht mich gleich ein bisschen glücklicher. Ja, ich glaube, ich wäre mit dem Lernen gerne weitergekommen beziehungsweise bei dem einen oder anderen gucke ich wieder auf meine Notizen und denke mir, wie war das denn nochmal? Und warum habe ich mir das jetzt noch nicht merken können? Was ich aber jetzt mache, während ich das so durcharbeite und nochmal durchlese, ist, dass ich ChatGPT auch super oft nochmal frage. Ich habe ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass das Skript irgendwie auch ein bisschen blöd ist und vielleicht auch nicht so detailliert. Und wenn ich dann echt so eine Frage habe zu manchen Sachen, dann frage ich einfach ChatGPT. Hey, kannst du mir das nochmal erklären? Oder hey, wie würdest du diese und jene Frage beantworten? Oder wo kann ich das denn wie einordnen? Und das hilft mir echt nochmal, um das zu verstehen. Und ich glaube, was ich immer vergesse ist, dass das ja auch zum Lernen und zum Gesamtverständnis beiträgt. Und diese ganze Recherche oder hier mal ein Video angucken oder vielleicht auch einfach früher aufhören und einfach ein bisschen Ruhe finden, um die Dinge sacken zu lassen. Das gehört alles zum Prozess dazu und ich glaube, da bin ich mal wieder auch einfach ein bisschen zu hart mit mir an der einen oder anderen Stelle. Also ich habe jetzt noch eine Woche Zeit und ich bin super zuversichtlich, dass ich bis dahin mich in allem topfit fühle. Genau. Was ich tatsächlich jetzt auch noch gemacht habe, da kam ich spontan drauf und zufällig. Also ich hatte schon vor, das noch zu machen, aber ich bin jetzt heute zufällig da gelandet. Und zwar gibt es für das Skript so eine Art KI, die von der Uni aus funktioniert und mit der man auch so ein Pre-Assessment machen kann. Und ich wollte das eh machen und bin da gerade hingeraten, weil ich eine Frage auch zum Skript gestellt habe, die mehr oder weniger hilfreich beantwortet wurde. Auf jeden Fall dachte ich mir auch, komm, ich mache jetzt dieses Pre-Assessment mal. Und naja, bin dann relativ schnell dabei gelandet, dass das eigentlich diese 80%-Fragen sind, die ich ja über die letzten Wochen schon immer beantwortet habe und ja gerade heute Morgen erst. Aber die vom Kapitel 1 bis 4, 5 ist halt ja auch schon wieder ein bisschen her. Naja, also habe ich die einfach alle mal durchgemacht und bin bei 90% insgesamt gelandet. Und auch wenn vielleicht ein Kapitel nur 67% hatte, hatten dafür ja zwei andere 100, war das ganz cool. Also ja, damit kann man ja eine Klausur bestehen. Das ist natürlich die Frage, ob genau diese Fragen auch drankommen. Aber das ist eigentlich eine ganz gute Voraussetzung, finde ich, für die Multiple-Choice-Fragen. Es gibt ja wie gesagt so drei Parts, drei verschiedene Arten von Fragen. Ja, nichtsdestotrotz, es bleibt noch ein bisschen was vor mir, aber ich will mich ja auch nicht langweilen nächste Woche. Da steht ja auch wieder das ein oder andere Private an. Ich mache ja immer gerne einen Mix, weil nur den ganzen Tag ins Buch schauen, das ist auch Quack. Genau, aber ja, ich robbe mich voran und es wird alles sich ausgehen und gut gehen. Und da bin ich ganz überzeugt von. Und dann kann ich heute in einer Woche um diese Zeit ganz stolz hier reinquatschen. So ist der Plan. Und genau, ihr werdet erfahren, wie es mir ergeht nächste Woche. Also verabschiede ich mich jetzt erstmal ins Wochenende. Bis dann!